Ein Gitarren-Duo ist ein Gitarren-Duo und erst recht ein solches bestechendes, das nicht nur einfach besteht, weil es zwei Musiker sind, nicht wahr? Nein, weil deren musikalische Animation ihresgleichen sucht. Und deshalb haben wir die Freunde auch eingeladen. Uli Bürgershausen, nicht wahr? Dessen Begeisterung geht durch den Kopf in die hochqualifizierten Filigranfinger, schreibt die Presse, Reinhold Westerheide ist der Klangmaler, eine Musik, bei der es sich manchmal empfiehlt, die Augen zu schließen und die Klänge in vollen Zügen zu genießen. Über die Entwicklung dieser beiden großen Musiker, ihre Kreativitäten, ihre Schulen, ihre Wirkungsstätten und Dozenturen, das würde hier zu weit ins Akademische führen. Nein, die musikalische Zweisamkeit hat mit den verschiedenen Mitteln viel dazu beigetragen, dass das Publikum, und das werden auch Sie sein, begeistert ist. Wir hören nun eine Toccata, gespielt von Uli Bürgershausen und Reinhold Westerheide. Herzlich willkommen! Applaus Musik 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 Musik